Hallo meine Freunde, der Sonne, da ist immer wieder und eigentlich sollte ich auf das Video 1000 Euro Feuerwerk im Bus reagieren. Ich habe das leider nicht gefunden und ich denke mal, das wird 1000 Euro Feuerwerk explodiert im Bus sein. Wenn nicht, schreibt mir das bitte nochmal per Instagram oder gerne auch in die Kommentare, falls du dann direkt auch den Link hast. Dann tut es mir leid, ich habe nichts anderes gefunden, bitte nicht so dolle schlagen. Und ja, da reagieren wir erstmal auf das Video und ich bin sehr gespannt, mir tut jetzt schon der Bus leid und mir tut jetzt schon, wenn ich lese, 1000 Euro Feuerwerk. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer von euch so draußen rumläuft und rumknallt. Ich bin ja eher Fraktion so, ja gucke ich mir lieber an, anstatt mein Geld irgendwie zu verbrennen, gebe ich dort dann lieber das Geld für irgendwas Sinnvolles, aus für Urlaub oder sowas aus. Schreibt das mal bitte in den Kommentar, würde mich interessieren, aber wie schon gesagt, jeder kann ja machen, was er möchte, ist halt nicht mein Ding. Ich bin ehrlich, Mann, ist nicht mein Ding. Herzlich willkommen, Freunde von der Frückenunterhaltung. Wie ihr seht, trittst du wieder einmal im Bus. Wie auch die Beschreibung erklärt, werden wir heute ein Feuerwerk im ungefähren Rahmen von 1000 Euro hochjagen im Bus. Wichtig dabei ist, macht es auf gar keinen Fall nach. Klar, nicht jeder hat einen Bus, aber macht es auch nicht in Autos nach. Wir sind da mittlerweile schon Profis auf dem Gebiet. Und wie gesagt, passt wirklich auf, respektiert das, was ihr da tut, seid sicher in dem, was ihr tut. Und ganz wichtig, kauft nur, kauft nur und ausschließlich TÜV geprüftes oder normales geprüftes Feuerwerk. Feuerwerk, ja. Und kauft euch nicht irgendeinen Scheißchen, Pohnen oder wie auch immer. Das Einfachste, wie gesagt, bei PyroWeb, da kriegt ihr die ganzen Sachen, die sind alle abgenommen. Da könnt ihr auf der sicheren Seite sein. Bitte haltet die Regeln auf den Feuerwerkskörpern ein. Da steht jedes Mal der Sicherheitsabstand auch mit dabei. Also, dass wirklich nichts passieren kann, dass euch nichts passiert und anderen auch nichts passiert. Und nun viel Spaß mit dem Video. Boah, irgendwie tut mir der Bus voll leid. Wie schon gesagt, ich hätte für den Bus voll viele Ideen. Ich würde aus einem Bus wirklich komplett so einen Wohnwagen bauen. Also, ich würde alle Stühle raus machen. Hinten ein Bett. Am Fenster direkt so ein Bett. Und eine Küche und sowas einbauen. Ich hätte so coole Ideen. Mensch, ich könnte so viel noch mit dem Bus machen. Der hat die Seele, der Bus. Kämpft für die Seele. Sie haben es ja dieses Jahr aus der Bestawiki vor, wie ich sehe, wa? Doch, das sind meine neuen Knaller. Die habe ich mir vor kurzem bei Füroweb bestellt. Mit dem Link von dem Typen bekommen sie sogar noch satte 10%. Ich sage Ihnen, das knallt richtig. Das ist ja so schief. Das ist 10 Minuten, wie sagen Sie. Aber wenn ich da auf jeden Fall auch mal vorbeischneiden muss, auf der Seite, wa? Top-Ware können Sie das ganze Jahr über bestellen. Und geliefert wird es pünktlich zu Silvester. Aber Bengalus und Rauchbomben kriegen Sie das ganze Jahr über. Oh, das ist gut. Weil ich habe ja öfter Veranstaltungen, wo ich mal mit Rauch und Bengalus arbeiten muss. Und wenn ich weiß, dass ich da ganz sicherlich was kriegen kann, ist das schon mal sehr gut. Sehr gut. Ja. Wollen Sie eigentlich ein Schnäpschen? Ich habe hier noch den guten von so einem Typen. Oh. Wer ist? Also wir fahren zu viel Umdrehung. Ich muss heute noch ein bisschen fahren. Fahren? Am Dienstagmorgen? Es ist Wochenende. Am Dienstagmorgen ist Wochenende. Sind Sie richtig? Ja, ich bin mir sehr sicher, aber... Ja, aber mal ganz andererseits müssen Sie... Wollen Sie die... Warum fahren Sie denn die ganzen Sachen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Ihrem privaten Auto? Ja, wissen Sie, da ist mir letzte Woche so ein Irrer reingefahren. Ein komplett durchgedrehter Busfahrer, der knallt mir einfach hinten in meinen Neuwagen. Alles kaputt, total Schaden. Spiegel kaputt, Türen kaputt, alles. Dann können Sie aber... Ja gut. Wie Sie gehört haben, ich muss jetzt hier raus. Es war eine Ehre, Sie kennengelernt zu haben. Sind Sie so sicher wegen dem Schnapp? Ja, nee, heute lieber nicht. Aber war ein nettes Angebot. Aber... Okay. Ja, heute... Nee, lieber mal nicht. Ich fahre mit der Sigarette im Bus. Ey, genau in mein Feuerwerk. Sie schelmen. Was soll das? Ey, Sie schelmen. Ich fahre hier gleich mal richtig rasant. Das ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, wieso, aber eigentlich bin ich fast voll geil. Boah, ne Quallen. Das sieht jetzt voll so aus, ne? Als wären hier hinten so übelse Hippies. Schellt euch mal vor so ein Bus, kommt euch irgendwie auf der Autobahn oder so entgegen. Da würdet ihr auch denken, ihr nur Hippies unterwegs. Oh, geil. Das Klo hier oben. Ah, cool. Das ist geil. Das ist nicht schlecht. Da ist es echt nicht schlecht. Das ist Qualität. Das ist nicht schlecht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, Hebel. Das Feuerwerk von PyroWeb hat es aber in sich. Da ist mir doch gerade der Bart weggefetzt, ey. Aber Gott sei Dank weiß ich auch, wo ich es jetzt 10% günstiger bekomme. PyroWeb.es wäre Stummtüch. Das fett. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen, dass man das definitiv nicht nachmachen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es doch oben da. Schaut bei PyroWeb vorbei. Da kriegt ihr, wie gesagt, nochmal den Rabattcode. Wie gesagt, über unseren Link kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Wer da noch Bock hat, schaut nochmal bei uns am Shop vorbei. Da könnt ihr euch schon mal mit Schnaps und allen Foren einsammeln. Eindecken für Silvester. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Und lasst euch nicht den Bart wegfetzen wie mir. Ach cool. Die haben das in der Werbung echt richtig, richtig cool verpackt. Sehr geil gemacht. Mir tut zwar ein bisschen der Bussler, wie schon gesagt, ich hätte aus dem Bus irgendwie was anderes gemacht. Ich hätte aus dem Bus, ja, Wohnwagen oder irgendwas cooles. Oder so ein Partybus, so einen richtig coolen Partybus. Also so mit Lederbänken, einer coolen kleinen Bar und sowas. Und guck mal, jetzt wissen wir, was mit der Toilette ist. Die Toilette wurde benutzt. Die wurde umgebaut zum Auspuff. Ja, wie schon gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit Leuten, die Böller und sowas, Geld für Böller ausgeben. Kann jeder machen, was er möchte. Ich bin halt nicht der Freund von. Ich gucke es mir dann lieber doch lieber an. Und ja, schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ihr eher die Fraktion sagt, ja, ich kaufe übelst viele Böller. Oder eher die Fraktion sagt, ja, ich gucke mir das lieber von Weitem an und es reicht mir. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein und tschüss.